Ich bin der Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heilige der letzten Tage. Wir sind auch als Mormonen bekannt. Und der Grund, warum ich in der Kirche aufgezogen bin, also warum ich in der Kirche bin, ist, weil ich in der Kirche aufgezogen bin. Und weil ich Eltern habe, die mir diese Glauben geteilt haben. Aber, also, früher habe ich wirklich gedacht, dass die Kirche wahr ist, weil alle hier in Provo, Utah gedacht haben, dass es wahr ist. Und sie haben gesagt, dass es wahr ist. Also, ich habe einfach, also mein Glauben war auf ihre Glauben aufgestürzt. Aber als ich nach Deutschland umgezogen war, hat sich das alles geändert. Auf einmal haben viele andere Glaubensrichtungen. Viele glaubten nicht an Gott, manche glaubten an Gott. Und auf einmal musste ich wirklich wissen, ob ich meine Glauben gehabt habe, weil ich wirklich daran geglaubt habe oder weil alle anderen gesagt haben, dass es wahr ist. Also, ich habe die Schriften studiert. Ich habe das Buch im Wohnen studiert. Ich wollte wirklich wissen, ob Gott da war. Und ich wollte auch wissen, ob ich wirklich sagen konnte, dass ich weiß, dass die Kirche wahr ist. Und nach, also, es war nicht so am einen Tag, wo ein Engel gekommen ist und gesagt hat, Daniel, das ist die richtige Kirche. Also, es war nicht so. Ich glaube, man hört so viele Geschichten, wo einer sagt, der Geist ist vom Himmel gekommen. Er hat gesagt, dass die Kirche wahr ist. Und dass sie auf einmal etwas gespürt haben. Das habe ich auch gespürt, aber es war nicht auf einmal so. Es war über mehrere Tage, mehrere Wochen oder mehrere Monate. Es war ein ständiges Wachstum des Glaubens, was mich wirklich geholfen hat. Und ich kann jetzt sagen, dass wirklich, dass ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Ich weiß, dass er durch Joseph Smith seine Kirche wiederhergestellt hat. Und ich weiß das nicht, weil alle anderen hier in Provo Utah mich so aufgezogen haben. Aber weil ich das selber studiert habe, auch gebetet habe. Ich habe Gott gefragt, ob diese Kirche wahr ist. Und nicht nur habe ich den Heiligen Geist gespürt, der mir gesagt hat, dass es wahr ist. Ich hatte viele andere Erlebnisse, sehr schöne Erlebnisse, die mir gesagt haben und die mir wirklich bezeugt haben, dass die Kirche wahr ist. Nicht nur, dass die Kirche wahr ist, sondern dass Jesus Christus alle hier liebt. Dass Jesus Christus alle liebt. Er kennt alle von euch ganz persönlich. Das habe ich über mehrere Jahre gelernt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Beziehung mit Gott und Jesus Christus habe. Und ich bin wirklich dankbar, dass sie mich sehr lieben und dass sie für mich alles gemacht haben, was sie hier gemacht haben. Und das sage ich im Namen Jesu Christus. Amen.